Richtlinien für Informationssicherheit. Was ist das und wie erstellt man sie richtig? Mein Name ist Jörn Hahn. Ich bin Lead Auditor, Berater und Trainer für ISO 27001, die internationale Norm für Informationssicherheit. Richtlinien für Informationssicherheit sollen festgelegt sein, so die Forderung der Norm, im Anhang unter Punkt 5. Natürlich müssen sie von der Leitung genehmigt werden. Besser ist es natürlich, wenn die Initiative für Informationssicherheit von der Leitung ausgeht oder zumindest aktiv mitgetragen wird. Und diese Richtlinien sollen dann auch bekannt gemacht werden. Bei den Mitarbeitern und bei allen, die es sonst betrifft. Zum Beispiel Lieferanten, externen Mitarbeitern, Partnerfirmen und so weiter. Je nach Unternehmenskultur und Branche sehen die Richtlinien natürlich ganz unterschiedlich aus. Es gibt ja ganz unterschiedliche Bedrohungsszenarien. Es gelten unterschiedliche Gesetze und Vorschriften. Und der Umgangston ist von Unternehmen zu Unternehmen anders. Oft wird eine Leitlinie entwickelt, die ganz allgemein in einigen Absätzen beschreibt, was Informationssicherheit in diesem Unternehmen bedeutet. Und was allgemein die Ziele diesbezüglich sind. Wer dann Ansprechpartner ist, wer wofür verantwortlich ist und wie die Vorgehensweisen im Einzelnen sind, um sicher mit Informationen und Informationssystemen umzugehen, wird dann in einer Richtlinie geregelt, die dann auch einige Seiten mehr umfassen kann. Manchmal wird zwischen Leit und Richtlinie aber auch nicht unterschieden. Und ab und zu werden Arbeitsanweisungen oder Verfahrensbeschreibungen verwendet, um detaillierte Abläufe zu regeln. Welcher Begriff dabei verwendet wird, spielt aus Normgesichtspunkten keine Rolle. Das oberste Dokument, Leit oder Richtlinie zu nennen, ist trotzdem eine gute Idee. Man kann alles zusammenfassen oder einzelne Dokumente oder Wiki-Seiten anlegen. Wichtig ist, dass die Themen aus dem Anhang A der ISO 27001 zumindest allgemein abgedeckt sind. Wer hat wozu Zugang? Welche Daten sind öffentlich? Welche vertraulich? Wer darf in welchem Gebäudeteil? In welchem Raum? Wie gehe ich mit dem Firmenlaptop und Handy um? Darf ich selbst Software installieren? Und wenn, dann welche? Wie wähle ich Passwörter? Wie, wann und wo sichere ich Daten? Und so weiter. Eben alle Aspekte der Informationssicherheit. Diese Dokumente müssen für alle Mitarbeiter zugänglich sein. Das hilft natürlich nur etwas, wenn auch alle wissen, dass es eine Richtlinie gibt. Und wo? Wichtig ist also, sowohl bei der Einstellung neuer Mitarbeiter als auch bei regelmäßigen Schulungen die Dokumente bekannt zu machen und dann einfach auffindbar abzulegen. Wie bei Management-Systemen üblich, fordert auch die ISO 27001 nicht nur, dass jemand einmal etwas schreibt und das dann schon immer so passen wird. Es muss regelmäßig überprüft werden. Regelmäßigkeit, das heißt mindestens einmal zwischen zwei Audits. Und das heißt mindestens einmal jährlich. Natürlich muss bei Überprüfung und Änderung immer das Management einbezogen werden. Das geht am besten, wenn es in der mindestens einmal jährlich stattfindenden Managementbewertung der Informationssicherheit berücksichtigt wird. Regelmäßige Überprüfung ist in der sich schnell weiterentwickelnden Welt der Informationssicherheit ein guter Anfang. Manchmal ändert sich aber auch ganz schnell ganz viel. Deshalb ist es auch wichtig, dass bei größeren Änderungen überprüft wird, ob die Herangehensweise und damit auch die Richtlinie noch passt. Wenn es im Unternehmen einen Informationssicherheitsvorfall gegeben hat oder wenn sich die Bedrohungslage geändert hat, zum Beispiel weil ein Mitbewerber oder ein Lieferant gehackt worden sind, dann ist es Zeit für eine Überprüfung. Also, ich fasse zusammen. Richtlinien sind wichtig. Sie müssen im Unternehmen bekannt sein. Das Management muss involviert sein. Es muss drinnen stehen, was für die Informationssicherheit wichtig ist im Unternehmen. Dabei kann sie natürlich auch auf andere Dokumente verweisen. Und dann regelmäßig überprüfen und aktualisieren. Wie sie formuliert ist, ob mit formalen und sperrigen Sätzen oder in einer direkten Ansprache der Mitarbeiter mit Bildern, Mindmaps und als Intranet- oder Wiki-Seite oder als PDF. Das kann jeder umsetzen, wie es zum Unternehmen passt. Für alle, die solchen formalen Dokumenten erst einmal vorsichtig gegenüberstehen. Das gerade beschriebene Verfahren, das hat sich bewährt über viele Jahrzehnte. Und die ISO 27001 lässt viel Freiraum, das Ganze dann so aufzusetzen, dass es auch bei Ihnen im Unternehmen gut passt und eine echte Hilfe im Alltag ist. Für weitere Videos klicken Sie auf Abonnieren. Bei Fragen kontaktieren Sie mich gerne über meine Webseite www.solid-point.de und bei Fragen kontaktieren Sie mich gerne über meine Webseite.